Es ist Sommer 2020 und die Welt braucht viele neue digitale Lehr-Lern-Materialien. Wir vom OER-Camp unterstützen alle, die die Sache in die eigenen Hände nehmen wollen. Aktiv und kreativ, kollaborativ und offen. Unser Angebot richtet sich an Menschen aus allen Bildungsbereichen, ob das Schule oder Hochschule ist, Erwachsenenbildung, berufliche Bildung oder etwas anderes. Gemeinsam starten wir die OER-Camp Summer School. Wir bieten Know-how und Unterstützung für Menschen, die freie digitale Bildungsmaterialien suchen und nutzen möchten. Und insbesondere richtet sich unser Angebot an alle, die so etwas selbst erstellen oder bearbeiten möchten. Ob das interaktive Übungen sind, Videos, Audios, kleine und große Online-Kurse, alles passt in die OER-Camp Summer School. Du bist zeitlich flexibel und kannst selbst wählen, wie tief du einsteigst. Du kannst nur kurz vorbeikommen und in den Videos stöbern oder komplette Kurse durcharbeiten und dein eigenes Projekt umsetzen. Was haben wir im Einzelnen vorbereitet? Sechs offene Online-Kurse mit erklärten Videos, viel Know-how und Schritt-für-Schritt-Anleitung. Individuelle Beratung durch die OER-Camp Coaches. Eigene Materialien teilen und Feedback und Ideen dazu einholen. Dazu gibt es ein Online-Barcamp zu aktuellen Themen. Die OER-Camp Summer School startet Ende Juli und geht bis Mitte September 2020. Die Teilnahme ist zeitlich flexibel und vollkommen kostenlos, da das Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, BMBF, gefördert wird. Winzende 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 ворisten